sehr geehrte damen und herren herzlich willkommen zurück natürlich fallout 3 der dritte spieler Alexi Fenris wisst ihr was los ist? was los Carlos? ok gut ich glaube ich muss mal kurz zurückreisen am Megaton um zu schauen ob ich tatsächlich noch purified water da habe was soll man davon halten? Hilfe ich brauche Wasser Hilfe 8 Sachen äh purified water habe ich noch welches? 9 Stück und zurück nach rivet city jetzt wahrscheinlich schon tiefste nacht ja yes it is hey Carlos lebt ja noch ja ist ok water oh precious water thank you you're a saint yes I am ich hoffe er hat jetzt nur eins genommen ja er hat nur eins genommen ok bitte ja you get karma also karma müsste ich doch jetzt einiges haben oder very good urban avenger security intercom jetzt mal da muss ich mit palavra wenn ich nach rivet city rein will so das ist klar wir machen das jetzt klar oh ferrawane fahrender händler haltet ein haltet an gebt ihm euer zeug hi oh no it's crazy wolfgang crazy wolfgang crazy wolfgang crazy wolfgang's got just what you need yeah the random junk that i've got crazy wolfgang random shit rocket launcher schematics team gott assembly ich glaube ich nehme auf jeden Fall die stimpacks gut dass ich ihn gefunden habe und mit ihm meine ich crazy wolfgang thanks good luck out there and maybe the next time you'll find something interesting for me huh maybe maybe you'll think of me okay tja wer hätte das gedacht wenn man einfach nur eine stadt besuchen BÄM wer zieht von dannen von den toren von rivet city crazy wolfgang ja dieses wasser ist böse böses wasser böses wasser metro station gibt es hier etwa einen zugang oh boy oh boy die talon wichser da sind sie wieder wait frag grenade frag grenade die treffe ich nicht die treffe ich nicht das wird weh tun ja noch einer ohne fahrschein noch einer ohne fahrschein ja erledigt komisch die kannst du einfach mal wieder looten private contract kill Edgar Youssef ja gut da haben wir hier schon ne 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 immer dasselbe sie mögen mich nicht warum weil ich zu gut bin ihr habt ja keine ahnung wie gut ich bin ich bin so gut und dann haben wir auf jeden fall schon mal die zwei stimpacks von crazy wolfgang sinnvoll verwend garbage can vier kronkorken anacostia crossing station haaa aber ich sollte eigentlich nach rivet city ich sollte jetzt nicht hier großartig noch zehntausend anderen eichhörnchen hinterher jagen ok wir holen jetzt nach rivet city ab wir schauen noch grad ob's dogmeat gut geht ok da war jetzt kein dialog prompt dass ich ihm irgendwie ein stimpack oder so verabreichen kann das heißt ihm geht es gut mal schauen für wie lange wo ich es vergesse das stimmt das könnte ich dann kann ich die combat armor damit reparieren ok das geht combat shotgun combat knife combat knife not to netting not to netting ich habe tausend caps auf meinen kopf ausgesetzt das gibt es noch nicht unfassbar was Leute alles für Geld tun oder für kronkorken je nachdem oh 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 the pot is kapott ich dachte ich könnte jetzt bevor ich in die stadt reingehe nochmal in aller Ruhe ganz gemütlich und so ne aber ne ok ok willkommen zu rivet city please wait while the bridge extends thank you thank you kind computer person no oh he oh 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 Ich dachte schon, es wäre irgendwas... Gibt es da etwa Ärger? Ich hoffe nicht. Bitte kein Ärger. Nicht noch mehr Ärger. Hi. Ich suche nach meinem Vater. Ja, so ein kummiger Typ sieht überhaupt nicht aus wie ich, aber alle denken, es ist mein Vater, war in der Vault und ist ausgezogen, um das ultimative Gulaschrezept zu erfinden. Er ist verschwunden und ich versuche ihn zu finden. Das ist alles. Ich mache dir voll den Stress, der Typ. River City, wart ihr von so einem Rad geleitet? Oder wie läuft das bei euch ab? Wie ist eure Regierungsform? Wann wird gewählt? Ich weiß nicht. Der Kerl schreibt schon, wenn sie ein Trigger-Happy zu sein, oder kann das sein? Jetzt erzähl mal ein bisschen was über Dr. Lee. Vielleicht kannte sie mein Vater. Vielleicht kannte sie mein Vater. Und vielleicht kennst du ein gutes Gulasch-Rezept. Okay. Thanks. Bye. Oh, das ist abgeschlossen. Oh, das ist abgeschlossen. Hi. Du bist... Ja, so sieht es auch aus. Ich würde sagen, du solltest das Zeit nicht nehmen. Das bringt dich nochmal um. Ist nicht gesund und so. Und... Schmeckt auch nicht gut, wenn es in Gulasch schmeckt. Also, ich sag's dir. Das ist, was Cindy sagt auch, aber ich habe die Itch. Ich brauche es schlecht. Don't do this. Warum lebt er hier auf dem Kahn? Jetzt erzähl mal mehr darüber. Es ist ein Ort, um zu leben. Sicher von Raiders und Supermutanten. Aber Dr. Lee an unserer Seite. Vielleicht können wir sogar sogar die Welt wiederentwickeln. Wiederentwickeln die... What the hell? Okay. Jetzt erzähl mal ein bisschen mehr über die Geschichte von diesem Kahn hier. Ernsthaft? Was ist das irgendwie? Go, go. Bye-bye. Hier sieht komisch aus. Die alte Glitch gleich durch die Tür. Okay. Yep. Ich nehme alles. Ein Manns Schmack ist ein anderer Manns Schmack. Ein Manns Schmack ist ein anderer Manns Schmack. Was soll ich am besten? Pauli Cantelli ist ein Abhängiger. Yep. Schon besser zu saufen. Ihr habt ein Hotel auf dem Kahn. Jetzt werden wir ein bisschen mehr über die Geschichte hier von dem Ort. Oh, ich würde wirklich nicht wissen. Ich meine, so lange wie ich mich erinnern kann, hat sie nur hier gewesen. Sie hat alle Verbraucher und Anmerksamkeit, die wir ihr geben können. Ich habe einen Rentsch genommen und bin in der Reconstruction. Und das ist wahrscheinlich das erste Mal aus der Womb. Aber ich habe nie wirklich wirklich über die Politik gebraucht. Okay. Vielleicht noch jemand anderes von damals, der ein bisschen was darüber sagen kann. Der letzte Mann, den ich von damals erinnere, war Herr Pinkerton. Und er hat wahrscheinlich über eine Dekade gelacht, nach dem Spat mit der Wissenschafts-Team. Er hatte eine Storragschede in dem Bauer des Schmack. Wir haben immer gedacht, er war verrückt, dass er da was da drauf gebraucht hat. Ich glaube, er hat ein paar Rekorde gehalten, aber ich glaube. Beide auf, aber das Schmack ist ein bisschen trecherisch da unten in ihrem Bellen. Okay. Jetzt werden wir mal ein bisschen was über den Wiederaufbau. Oh, okay. Oh, right. I sort of lose track of time talking about the old girl. Old girl? Dude, never call a girl old. Never do that. Niemals. Ihr erinnert mich schon wie an die Eindrüstung aus Game of Thrones. Wie heißt sie noch? Cersei Lannister. Jetzt erzähl wir ihm erst mal was über ihren Neffen Brian. Poor dear. Ich weiß, was es ist, sich allein zu sein. Ich würde gerne ihn in. Nice! Don't worry. Ich habe die Möglichkeit, ihn zu verdienen und gesund. Aber das ist wichtig, dass er safe ist. Cool. Oh, das ist wunderbar. Wenn du immer wieder zurück in die Rivet-City wandernst, warum nicht uns auf uns checken? Du bist immer willkommen. Und die Frau Glitch wieder. Hi. Erzähl mal was über Dr. Lee. Nicht fake smart oder so? Nicht? Ne? Hm? Ja, gut. Ähm. Wie ist es so, hier auf so einem Schiff zu leben? Es ist immer mal so, dass man die Geschichte von ihm kann. Ich kann dir alles über mein Hotel erzählen. Aber ich bin sicher, dass ich nichts weiß, wie die Rivet-City selbst angefangen hat. Ich meine, du hörst Ruhmungen und du machst Gäste. Aber ich konnte wirklich nicht sagen, dass ich es sicher weiß. Und ich würde mich nicht lieben, dass du dich auf den falschen Weg stecken. Eigentlich, jetzt, dass du es erwähnt hast, Seagrave kann nicht mehr über ihn wissen. Ja, gut, mit Seagrave habe ich gerade gesprochen. Welche interessanten Gerüchte? Ja, der Typ ist ein bisschen... Okay, noch mehr Gerüchte? Du hast nicht gehört? Angela hat die Hots für Diego. Nein. Aber seit er ein Priester ist, hat er sie weggelegt. Einmal dieser Tage wird sie nur seine Kugeln schlafen. Ich glaube, ihr es nicht. Noch jemand, äh, andere Gerüchte? Sie sagen, dass Herr Lopez es verletzt. Er steht auf der Brötungsstour für Stunden an einem Zeitpunkt, nur nach der Stadt schlägt. Okay. Danke für die Gerüchte-Küche. Und sie glitscht weiter in Seagrave rein. Alles klar, gut. Locker, empty, huh, 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 hey, dog. Come room, St. Monica's Church, Science Lab, go to Midship Deck. Watch it, will you? Hi, there is 2. I am Father Clifford of St. Monica's Church. Hey, Father. She is the patron saint of lost children. Very popular among the faithful of Ribbit City. I'm surprised you've never heard of her. If you want to hear her story, Keine Zeit, äh, Lust, keine Lust, keine Lust, geht gar nicht. Erzähl mir mal was über die Geschichte hier. Oh, shit. Mr. Bannon, huh, okay. Dann frage ich immer weiter, you're a priest? Silence, priest. You would? We humbly accept whatever you can spare. Go to Kassona Caps. I'm most genera- St. Monica, bless you. Vera, I know I'm not a sophisticated man, but goodness. I'm Flak. If you want a decent weapon, stop by Flak and Shrapnose. Hey. The speech shooter saved my ass more than once. I'm sure that was just luck. You should upgrade. Check out our shop in the market. Maybe I will. Kriegst du ja auch mal einen guten Drink? Cool. Jetzt sehen wir mal was über die Geschichte von diesem Kahn. Fred, I can't help you, pal. Been here for years, but all I know about the history is that it's a safe place to settle down. Maybe Bannon can help you out. He sure acts like he knows it all. Bannon, huh? Uh, Chinese assault rifle. Okay. Danke, Flak. Hey, there's a full whiskey flashe. Nice. It was so noisy last night. I can hardly sleep. Maybe a good fix is something that will help you sleep. Yes? St. Monica bless you. Ah, let's not stop. There was definitely something interesting. There was something else that was. Hello? Hi. Hi, Gary. Gary Staley. If you ever get hungry, stop by Gary's Galley. Galley. Okay. Was hast du ein brauchbares? Perfect timing then. My Galley is in the market at the far end. I'll save you some Meyer alert cakes. Yay. Polycantali is süchtig. Weißt du davon was? Tell me what's about the story here. I know a lot of places opened up when they got the hydroponics bay working, but that's hardly the start of it all, is it? Actually, Vera Weatherly might no more. She's always here and talking with folks, so if anyone's picked up a story or two, it'd be her. Bye. I'm gonna do this with a Bannon. I'm gonna do this with a Bannon. Hey, guy. Hi. There. Did you hear about the fight in the muddy rudder last night? Yeah, Belle's gonna have to replace some tables and chairs. I'm sure she'll just scrounge some. Yep. Poly. Hey. Cindy. I mean, Cindy can't tell you. I have a quick fix. I mean, I run a quick fix. Anyway, you were saying? Um. Ha. I like you. You're funny. I assume you suck. Gems? Yeah. Pauli and I. Our shop is in the market. Dein Messer is in the market. Where else would our shop be? Anyway, thanks. For being nice that is. Erzähl mal was über die Geschichte. Well, I don't really know, to tell the truth. How does any city get started, really? Well, I don't know, to tell the truth about how he was responsible for its success. So I'd ask him about it. What's up, Bannon? Where is Bannon? Damn, damn normal. The muddy rudder. Bell waters down the liquor, but it's cheap. It's on the lower deck. Cool. Okay, we have to do a lot of work. Okay, we have to do a lot of work. Where always that guy is. Science lab. Let's say here we find Dr. Lee. Look, Dr. Zimmer, we've been over this. We don't know about your runaway robot, and we don't care. This lab is dedicated to solving real problems. Yes, yes, yes. But Dr. Lee? Dr. Lee is trying to save lives, and your constant interruptions are interfering with those efforts. Now, please, stand aside. Oh, that's right. I know that the good doctors work with water purification is fascinating, but if you only knew, what was at stake, the technology in that android, what's at stake, you won't tell me, what's at stake, vagaries and secrecy, a robot's a robot-zimmer, no matter how shiny the paint job, now, please. Ignorance and facetiousness, that's all you people are good for, shiny paint job indeed. You can't even imagine the Commonwealth's accomplishments. You know, if you're so smart, maybe you could help us, hm? But no, that never even crossed your mind. Go peddle your selfishness somewhere else. Oh, man. Fine, but I'm not leaving. Not until I've spoken to Dr. Lee. I'll be here when she's ready to abandon her chemistry set and talk real science. Alter, Falter. You there. What are you? Some kind of lab assistant? Nein. No, you look a bit more weathered. Are you by any chance for hire? Das kommt ganz drauf an. To the point. I like that. Well, as it turns out, I've misplaced some very sensitive property. Hmm, how do I put this in a way you'll understand? All you know of robots are those buckets of bolts, those Mr. Handshakers and whatnot. Well, that's not all a robot can be. You see, in the Commonwealth, we've made artificial persons, synthetic humanoids, programed to think and feel and do whatever we need. Oh, oh. Occasionally, they get confused and wander off. Hmm. Nicht, dass sie jetzt, äh, doch durchaus absichtlich einfach, äh, auswandern. Nonsens. This is a machine we're talking about. Can you enslave a generator or a water purifier? Of course not. Ich mag den Mann nicht. The same principle applies. Hi, but let's get back to your mission. You are to find this missing android. I've tracked him to somewhere here in the Capital Wasteland. He must have done something drastic, like facial surgery and a mind wipe, or else I would have found him by now. It will be no easy task. He may not even realize he's an android. I'll be compensated for myself, right? Of course. I have at my disposal advanced technology from the Commonwealth. I'd be willing to share some of it with you. Just think, you'll be the envy of all your friends. Hmm. Okay. Here, listen to this message he sent me. He's mocking me. I... The replicated man. Okay. Let's see what I was about the Geschichte hinter Rivet City. He looks to me like a giant boat ran aground and a bunch of savages moved in. History lesson over. Hmm. Wo finde ich denn diesen androiden? Sag mal was. Ja, das ist das Wie. Ich will wissen, wo. Search the offices of doctors or techies for android information. If he's coming to contact with these people, there may be records. Start with Dr. Preston. He lives on this leaky boat. See if he knows anything. He's a doctor after all. Now, if you'll excuse me, I'm busy trying to ignore my surroundings. Okay, aber wenn der Typ, wenn der Android jetzt einfach weggelatscht ist, warum sollte er jetzt irgendwie neue, neue, neuen verstanden, neues Gesicht, etc. Maybe he didn't exactly wander off. Maybe he fled. Escaped captivity, as it were. If he began to misinterpret his situation. It's possible my android sought to forget his previous life. Wipe away all memory, all guilt. Trick himself into believing, he really is human. So no, he may not be just an ordinary robot, but he's certainly not human. No matter how badly he wishes it so. I made him, I want him. End of story. Das wird nicht gut ausgehen, habe ich das Gefühl. Irgendwas verschweigt mir der Typ. Warum sollte er sich irgendwie schuldig fühlen? Der Android. Oh my God, you're as annoying as you are clever. Very well. I'll tell you what you want to know. If it helps you locate my property. The duty of this particular unit was the hunting and capturing of other escaped androids. Oh boy. Yes, others have escaped. It's one of the side effects of having such an advanced AI. Machine start to think for themselves. Fool themselves into believing they have rights. And so, this particular android may have believed he'd done something wrong, immoral, and wanted to forget those deeds. Satisfied now? Und warum jetzt ausgerechnet der eine? This particular android, designation A321, is different, special, the most advanced synthetic humanoid I've ever developed. The others, like my escort Armitage there, are all older models, easily replicated. Ah, but A321, it will take years to recreate him. So you see, this android must be located, at all costs. The others are all acceptable losses. But A321, he is irreplaceable. What's with the Commonwealth on itself? The Commonwealth itself is nothing but a war-ravaged quagmire of violence and despair. Inside the sealed environment of the Institute, however- Institute? But the Institute's affairs are none of your concern. Your undeveloped mind couldn't even begin to comprehend what we've accomplished. Hmm. Okay. Of course you do. Yes, of course I do. That's close enough. Keep your hands where I can see them. Keep your hands on Dr. Zimmer and I'll snap your neck like a chicken bone. Chicken bone. Chicken 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 bone. What do you want? That's what you want. Okay. With the good lady we'll talk about it another time. First of all, I want to say, this episode is over. Wobei, ja, Tatsache, unfassbar, ich weiß. Unglaublich aber wahr. Würde mich jedenfalls freuen, euch wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Hier auf dem YouTube-Kanal der Dritte Spieler. Herzlichen Dank wie immer für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, euch auch wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Dann finden wir hoffentlich noch mehr über Rivid City raus. Treffen diesen ominösen Bannon, dass wir tatsächlich genaue Fakten erfahren zu der Gründung von Rivid City. Ich hoffe, was Dr. Lee uns zu erzählen hat. Und dann schauen wir mal weiter, dass wir Mora's Auftrag dann tatsächlich noch erledigen können, ne? Bis dahin. Zum nächsten Mal. Mal das gut. Ciao.